Schlange Ist es für frei? Ja! Kann ich einen nehmen? Danke schön! Du bist doch für Deutschland Ich bin für Deutschland, aber trotzdem Ja, aber du bist für Fußball, oder? Für Fußball! Gute Argumentation! Der Idiot! Der Idiot! Der Idiot! Deutschland! Good luck! Der Idiot! Helikopter Helikopter um Greenpeace zu verlichten Ja Good luck, my friends! Fuck you! Fuck doom Fuck doom Never again Never again for what? Never again doom In our life Ja, never again doom Oho Hallo, my friend Ich möchte auch halten, ey! Tschüss! Wir haben einen Sniper da! Wir haben einen Sniper da! Der schaut auf Leute mit Deutschlandrakon-Portugal-Flaggen Der Sniper! Hahahaha 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 Wir haben keine deutsche Flage, nur eine Portugische Flage Das ist sehr wührend für die meisten Leute hier Was mache ich hier? Was mache ich hier? Hahahaha Was mache ich hier? Hahahaha Wir haben ihm gesagt, die Sniper schießen auf solche Leute Wir haben da totale Freiheit Ich bin nicht GrandKiez Schau mal, der schaut schon Hahahaha Hahahaha Du hast zwei Maschinen Karte Schuhe an Das ist auch sehr gefährlich Hahahaha 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 Was ist in meinem Handy? Let's go! Wir haben sowieso so viel Zeit und wir müssen die Zeit ausnutzen. Was? 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 Come on Germany, up is Deutschland. Come on Germany, auf geht's Deutschland! Come on Germany, auf geht's Deutschland! Come on Germany, auf geht's Deutschland! Cristiano Ronaldo! Und jetzt, für ein paar Worte, für Team 2! Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers, starting with Portugal. Ladies and gentlemen, please remain standing for the national anthem of Germany. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers, starting with Portugal. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers. Please stand up for professional answers. Ladies and gentlemen, please stand up for professional answers. What the fuck? What the fuck? Oh ho ho ho! Yes! Yes! Oh my God! What the fuck? What the fuck? Oh ho 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 ho! Applaus 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 All from the Alias Barriere All from the Alias Barriere I'm an electricity thief So my wheelchair is being charged This is my cheapest one, and the only, and that they will mention And he's single, his 34-year-old girlfriend He loves beautiful women Wow It was very dangerous He doesn't need anything That's my goodness We're going to be done No numbers Let's go Schanella! 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 WTF? Anyone close? How to start the game here, I am the one. There is a good crowd for the ratings, The one we have done is a perfect crowd, everyone says there's a good crowd with the fans. Goh Goh! Goh Goh! Goh Goh Goh! Goh Goh! Goh Goh! Yeah! Jaaa! Germany! Woohoo! Yaaay! Yaaay! Portugal to Germany! Thank you for having me! Thank you all! Hope you through the rest! Do it! But it will be somebody! Do it! Go onaaay! Không! Do it! Wo one of the worlds you have! Follow me! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020